Schildkröten Schau alle! Sie sind hier oben! Ich habe meine Farbe schnell daheim! Oh mein Gott! Schau mal auf und klaut alles! Ich habe das für die Kopf mit mir! Schau mal, ich muss das Lava hinschauen! Hey! Schau mal, du musst doch mal so! Ich auch? Ja, sich hier! Sich hier! Was machst du? Sirup, Sirup! Topik machen! Grüße, Gusto Martina! Grüße, Gusto Martina! Hallo! Ja, wir sind gut. Das war gut geschehen. Kannst du gut kommen? Äh ... Äh ... Willst du noch Koffer? Ja, ah ... Ah, weiss ... Machst du wieder ... Machst du wieder? Ja, sicher. Das ist ein anderer. Er hat gesagt, dass ich mitkomme. Es ist ein Wahnsinn. Es ist eine Prüfung, wenn du verkauft hast, gibst du uns sofort zum Zürcherlaub holen. Jetzt darf man manchmal schlafen zu Hause, aber es ist eine Wahnsinnsstadt. Ich bin froh, noch warten sie auch jetzt. Ich bin noch mal alt und zwei Uhr. Das ist Wahnsinn. Normalerweise ist die Hälfte von Superstars nicht so lang wie bei dir? Oder wenn du so bei denen kamst du? Ja, einfach super Fans. Ich bin immer zusammen. Ein cooler Partner, ein guter Background. Wir geben einfach immer Gas. und haben uns etwas Neues einbauen lassen. Ich glaube, das ist das, was ich mache. Was ist eigentlich dein Highlight in Amerika? Mein Highlight war ... Ich habe ein Foto mit Madame Senta gemacht. Ich habe über eine gleiche Dämpfe gebrochen wie Pitbull, wie John White und Chris Rock. Wie einfach ganz viele Hollywoodstars. Das war sehr speziell. Das war sehr schön. Das war sehr schön. Das war ganz schön. Wenn wir noch gestern ein Foto machen. Ja? Ja? Das war sehr gut. Das war sehr gut. Und da hast du Diggis von Berlin gesehen? Ah, gut. Ja. Hi Diggis hier ist der Luca. Ganz liebe Grüße nach Berlin. Haben einen schönen Tag. Und man sieht sie sicher bald wieder. Ciao, ciao. Danke. Luka, kannst du Lysa grüssen? Ich bin ja von mit dem Leben ab, ich weiß gerne auf Schweizerdeutsch. Hey Lysa, hier ist der Luka, ganz lieben Grüße nach Deutschland. Haben einen schönen Tag und bis gleich. Ciao, ciao. Hallo, mein Gott. Wir haben es schon an mir gesehen, wir haben es auch nicht gesehen. Oh, ja, los. Oh, ja, los. Oh, du wirst da stehen. Ich habe 20 Stunden. Entschuldigung. Ja, ich kann nicht laufen. Das ist einfach gut, oder? Ja. Tschüss. Tschüss, mach es gut. Alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Leppi Melanie. Happy Birthday to you. Wahnsinn. 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 wir sind auf dem Weg. Was ist es für uns? Wann ist das für uns? Wir sind auf dem Weg. Was ist der Herr Haberm? Ja, es ist schön? Ja. Mit ihm und mich bist. Ah, her ist du schon. Ja, ich war gerade zu uns. Ah, ja. Haha, wie ist er denn? Ja. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Oh, mein Gott. Just a second. Ja, merci. Und Samenstit. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich bin froh. Na, hier einmal. Ja, genau. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Hallo. Hallo. Hallo.